Wir haben ein Schreit! Sieh! Sieh! Super! Nur die Endgrenze ist die Satz und Sieh! Und so mal holen Sie sich den dritten Platz hier bei der Poppistur 2015 in Arroja. Zuerst haben wir den Applaus für das Team in Schwarz. Platz 4, Laura Caluori, Tanja Aguera-Spotra. Und Platz 3 an Tarin Charini, Muriel Gressley!